Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen mit freundesgepflegten Klemmbausteinbaus. T-Battlecat bekommt Gesellschaft, auch wenn wahrscheinlich die Battlecat und dieses Set, der gute alte Landshark, nicht sonderlich große Freunde werden. Wir haben auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, von Megakonstrux aus der Masters of the Universe Reihe den Landshark. 179 Teile ab 8 plus geeignet, obwohl das, denke ich, ein bisschen an der Zielgruppe vorbeigeht, denn ich denke, das wird eher Sammler interessieren. Und wir haben die Setnummer HDK07. Die Battlecat hat mich ja wirklich überzeugt und ich hatte super viel Spaß. Und ich hoffe natürlich, dass sich das mit diesem Motu-Set hier weiterführt. Und das sind dann auch die ersten Masters of the Universe Figuren, die ich habe, denn die Battlecat hatte ja keine Figuren dabei. Und hier haben wir sogar gleich zwei, und zwar den lieben Roboto und einen nicht ganz so freundlichen Skeletor. Diesen haben wir hier wieder in der Kampfrüstung mit dabei und der wird den Landshark in die Schlacht führen. Ich muss sagen, an Roboto-Stelle möchte ich hier nicht so gern stehen. Und jetzt noch der absolute Kracher. Und zwar möchte ich mich bei Nobby bedanken. Vielen lieben Dank für deinen Tipp, dass es diese Sets auf Amazon momentan für einen richtig, richtig guten Preis gab. Und zwar habe ich für diesen Landshark 13,45 Euro bezahlt. Die unverbindliche Preisempfehlung von Megakonstrux zu diesem Set sind 25 Euro. Das heißt, dieses Set war von der unverbindlichen Preisempfehlung fast halbiert. Und ich wette, das nicht gemerkt, hätte mir Nobby da nicht in den Kommentaren Bescheid gegeben. Vielen lieben Dank an der Stelle. Dann machen wir doch das Ganze mal auf. Und was mir an der Megakonstrux Motu-Serie so gefällt, ist ja wirklich immer die hochwertige Verpackung. Und das haben wir hier wieder genauso. Und zwar ziehen wir die Laschen zur Seite und können das Ganze dann aufklappen. Es fällt auch auf, die Box ist hier ganz gut gefüllt. Auf den ersten Blick fällt auf, wir haben hier eine Bauabschnittunterteilung. Und zwar haben wir vier Bauabschnitte und damit auch vier verschiedene Bautüten. Hätte ich persönlich jetzt bei der Teileanzahl nicht unbedingt gebraucht. Aber da müssen eure inneren Monks zumindest nicht leiden. Farbmäßig grüßen hier auf jeden Fall die 80er. Und ich grüße auf jeden Fall zurück. Aber genauso soll das sein. Hier hat wirklich Megakonstrux den Flair richtig, richtig gut getroffen. Erstmal nur von der Teilefarbe, über den Rest reden wir dann noch. Dann haben wir natürlich noch die Anleitung. Ist wirklich sehr schön gestaltet. Sie ist auch in Heftform. Und wie wir das von Megakonstrux kennen, ist alles in Vollfarbe dargestellt. Und was neu gebaut wird, wird mit so einer Farbcodierung gezeigt. Ich finde ja diesen Stil richtig cool, dass wir hier auf den Rändern so ein paar Paneele im Comic-Stil haben. Da hat sich Megakonstrux auf jeden Fall Gedanken gemacht. Insgesamt haben wir 47 Bauschritte. Und in der Anleitung wird auch schon eine Funktion angeteasert. Und zwar, dass sich beim Fahren das Maul hoch und runter bewegt. Je nachdem, wie das funktioniert, ist das natürlich eine richtig coole Sache. Dann haben wir natürlich noch die Teileliste. Ihr könnt euch das Video wie immer gerne anhalten, wenn euch diese Teileliste interessiert. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Set. Und ich fange jetzt auch auf jeden Fall an zu bauen. Und wir sehen uns beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Ich wünsche wie immer viel Spaß bei dieser Review. Und die ersten zwei Bautütchen sind schon verklemmt. Und wir haben vom ganzen Hai-Gefährt schon mal so ein wenig die Grundlage gebaut. Die Bauqualität und das Baugefühl von den Steinen ist bisher und wirklich gut. Aber vom Aussehen her haben wir ein paar Mängel, die einer eigentlich geplanten UVP von 25 Euro wirklich sehr wehtun. Wir haben die sehr offensichtlichen Angusspunkte, das geht schon. Aber wir haben wie bei diesem Teil einige wirklich tiefe Kratzer auf den Steinen. Und das sind schon erhebliche Mängel, wenn bei so einem kleinen Set die UVP bei 25 Euro liegt. Und das hat hier auch nichts mit der Lizenz zu tun, meiner Meinung nach. Denn die Lizenz gehört ja sowieso Mattel. Und damit Megakonstrux. Von der Konstruktion haben wir natürlich noch keine Probleme gehabt. Das funktioniert alles gut. Und dann haben wir noch die zwei Figuren. Einmal eben den Skeletor in seiner Kampfrüstung. Der ist natürlich von den Prinz sehr, sehr schön. Und was ich auch cool finde, die Kampfrüstung hat schon ein paar Schläge abbekommen. Und zum Skeletor ist das Schwert und eben auch die Kampfaxt mit dabei. Die Figuren machen für einen Sammler schon wirklich was her. Genauso auch der liebe Roboto. Die mechanischen Teile, die ja eigentlich im durchsichtigen Körper sind, sind jetzt hier nicht im Körper, sondern einfach nur aufgedruckt. Aber ich finde, das ist eine okaye Lösung. Und ansonsten sieht da wirklich auch gut aus. Was noch interessant war, wir haben in der Bauabschnittstüte 3 eine Tüte gehabt mit dem Aufdruck Bauabschnitt 2. Das macht nicht unbedingt so sehr viel Sinn, weil der Bauabschnitt 2 ist auch schon beendet und wir haben trotzdem diese Tüte drin. Da ist irgendwie eine Fehlbedruckung passiert. Eigentlich sollte auf dieser Tüte wahrscheinlich eine 3 sein. Das ist aber alles erstmal nicht dramatisch. Ich baue auf jeden Fall weiter und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Landschark wieder. Und fertig ist auch schon der Landschark und ich mache es kurz. Ich finde den richtig, richtig cool. Die Teilequalität ist vom Aussehen, der Farbtreue und vom Baugefühl machen die sehr viel Spaß. Die Farbe weiß für ein Set aus dieser Zeit einfach eine 10 von 10. Also besser hätte ich diesen Flair nicht darstellen können. Sehr cool ist auch noch die Bewaffnung, die wir an den Landschark herangebaut haben. Alles wirklich flat Silber, coole Konstruktion, macht sehr, sehr viel Spaß. On top gibt es noch ein paar wenige coole Prints. Und diese Gummiketten in Anführungszeichen laufen richtig gut. Die Funktion ist ja das Öffnen und Schließen des Mauls. Und das kann man nicht nur mit dem Finger machen, sondern wenn wir mit dem Landschark fahren, dann öffnet der und schließt der das Maul durch eine Funktion im Set. Und das Ganze funktioniert über so eine dickere Roundplate hier. Und diese Roundplate wird durch dieses Teil, was eben mit rotiert, wenn das Ganze fährt, nach oben gedrückt und schnappt wieder runter. Eine Funktion, die sich richtig anfühlt und natürlich zum Landschark auf jeden Fall passt. Auch vom restlichen Design ist der Landschark wirklich gelungen. Über den Passagier des Landscharks und auch diesen netten Kollegen, in dessen Haut ich nicht stecken möchte, wenn man vor dem Landschark steht, habe ich ja schon gesprochen. Und trotzdem ist auf jeden Fall das Highlight des Sets das Set an sich. Und das Set hat mich auf jeden Fall auch so überzeugt, dass es dafür eine Kaufempfehlung gibt. Und wenn ihr dieses Set für einen ähnlichen Preis wie ich bekommt, was nicht allzu schwierig ist, dass auf Amazon öfters mal rabattiert wird, dann schlagt da auf jeden Fall zu. Ihr werdet da sehr viel Spaß haben, wenn ihr mit der Motu-Reihe etwas anfangen könnt. Wenn nicht, dann kauft man sich das natürlich nicht. Und weil ich mich ja öfters mal gefragt habe, wie man auf solche Amazon-Rabatte stößt, das ist nicht schwierig. Denn wenn ihr dieses Set von Amazon direkt in den Warenkorben nehmt und das rabattiert wird, dann bekommt ihr da direkt eine Meldung. Per E-Mail-Adresse oder auf dem Handy per Push-Nachricht, dass das Set rabattiert wurde. Deshalb am besten in den Warenkorb packen und den Rest macht Amazon für euch, damit ihr den Rabatt eben nicht verpasst. Wenn euch natürlich dieses Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wenn ihr das Set selber besitzt und vielleicht auch eine ganz andere Erfahrung damit gemacht habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Damit heftet ihr der gesamten Community wie immer sehr weiter. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Und ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.